Wo ist Josef? Er kommt gleich. Er holt Essen am Markt. Mit ein paar Groschen hat man am Markt leider nichts mehr gekriegt. Ja, aber nicht so schlimm. Wir haben ja noch einen Schein. Keine Sorge, der Vater wird bald kommen. Maria, ich habe dir gestern ein Angebot gemacht. Was sagst du dazu? Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich muss noch überlegen. Okay, aber beeil dich dann. Er ist wieder da. Papa, Papa. Hans, was ist denn los? Wie ist das, das war mein Foto? Ach, er kommt sicher bald wieder. Wie lange sollen wir es Ihnen denn noch verhandeln? Wir sagen es Ihnen, wenn Sie euch genug sind. Ja, ich verstehe. Maria, hast du dich schon entschlossen, das Kind an mich zu verkaufen? Er wäre perfekt für mich. Ich weiß es noch nicht. Josef? Was ist denn los? Ich habe gehört, dass der Bauer nicht zum Arbeiten wird. Aber nicht so schlimm. Papa kommt eh bald schon jetzt schon aus Arbeiten. Ja, es wird bestimmt nicht mehr lange dauern. Und da, ich bitte erzähle Ihnen, endlich das Papa zuerst. Hans? Josef? Kommt, ich muss euch etwas Wichtiges sagen. Was ist denn los? Euer Vater ist tot. Er kommt nie wieder. Was? Warum hast du mir jetzt zu viel früh erzählt? Du Lügnerin! Josef, du musst etwas essen. Bauer? Ich habe eine gute Entscheidung. Eine gute Entscheidung. Peter, ich dachte, du bist zu. Vater! Vater! Vater!